Willkommen zurück in der zauberhaften Welt von Neri, meine Freunde. Und äh, bevor wir hier loslegen, direkt mit der Hauptstory weitermachen, eine ganz kleine kurze Erwähnung am Anfang dieser Aufnahme. Und zwar, wie einige von euch sicherlich wissen, ich stehe so ein bisschen ab und zu in Kontakt mit den Leuten von TrueAI oder mit einigen von ihnen und ich habe mich mit ihnen unterhalten, was die Sache Enderal angeht. Und zwar nämlich werden da noch Skripte gesucht. Das heißt, jetzt gerade nicht so Leute, die unbedingt Ideen haben für Quests oder Story schreiben wollen oder sonst irgendetwas, sondern tatsächlich Leute, die sich dazu bereit erklären würden und auch einen Plan davon haben, Quests in das Spiel zu integrieren. Und einfach allgemein Skripte, ja. Und da wurde ich höflichst darum gebeten oder beziehungsweise ich habe mich angeboten, das einfach mal hier drauf hinzuweisen, weil so einige von euch schauen ja hier zu. Und ich weiß auch von euch sind ein paar talentierte Modder mit dabei. Und von daher, wenn ihr ein Skripte seid oder euch damit auskennt, mit solchen eher technisch veranlagten Sachen, dann meldet euch einfach bei TrueAI, egal wo, am besten übers Forum per PM an die Chefes da anschreiben. Und die werden sich sicherlich freuen, wenn ihr ihnen ein bisschen unter die Arme greifen könnt, was Enderal angeht. So. Und nach, äh, diesem kleinen Shoutout für TrueAI will ich mal hoffen, dass sich ein paar von euch finden werden. Zwei, drei Leute würden ja schon reichen. Bin mal gespannt. Vielleicht habt ihr auch dann irgendwann was in den Kommentaren unter den Videos oder als PM an mich zu schreiben. Vielleicht wäre ganz schön cool. Okay. Dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar mit Gabor. Ein bisschen Hauptquest. Ich bin selbst schon sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommen wird. Der sogenannte Sprengstoff-Experte da ein bisschen weird sein soll. Okay. Dieses Haus sieht auf jeden Fall weird aus. Auch schön farbig. Gleich keine komplett andere Farbkulisse. Oh. Ich habe das Haus des Sprengmeisters betreten, aber es scheint ebenso leer wie unaufgeräumt zu sein. Die Haustür war allerdings offen, also muss er da sein. Vielleicht gibt es hier ja einen Keller. Das ist allerdings ein Fehlschluss. Ich kann meine Haustür auch offen lassen, nachdem ich das Haus verlassen habe. Okay. Dann wollen wir mal. Experten. Nudelkram. Ich weiß nicht, wie ich auf Nudeln komme. Oh, gut. Jesus. Ich weiß nicht, wie ich es. Ich weiß nicht, wie ich es. Blotifix. Zum Kreuzagremment noch eins. Ich wollte... Irgendwie, ich hatte das Bedürfnis, Nudeln zu erwähnen, aber... Ja, ich wurde... Very rude einfach unterbrochen. Plötzlich hörte ich eine gewaltige Explosion unter mir. Das riecht nach Ärger. Oh, da hat jemand ein rollendes R in seinem Akzenter. Was für Experimente treibt der Kerl wieder hier unten, bevor noch das ganze Haus uns um die Ohren fliegt. Puh, ich musste gerade eben beide Kopfhörer anziehen. Dieser Dolby Surround, ich habe immer nur eine Seite vom Kopfhörer auf, dann weiß ich nie, was gerade rechts sich von mir abspielt. Ich kam gerade richtig, der Sprengmeister hatte sich eben in eine prekäre Lage gebracht und sein Lager in Brand gesetzt. Nun muss ich die Sprengstofffässer, die überall hier herumstehen, in Sicherheit bringen. Das Feuer wird gewiss nicht in den Bereich gelangen können, der in den Fels gehauen ist. Genau dort müssen die Fässer hin. Ich sollte mich zuerst um die Fässer kümmern, die im hinteren Teil des Lagers stehen. Okay, also diese da, die ganz hinten. Ja, und jetzt? Mit Y soll ich die... Oh man, really? Das dauert doch ewig. Ich hatte gehofft, ich kann die irgendwie einstecken oder so. So ist... Oh Gott, das kann ja was werden. Ja, genau da müssen die Fässer hin, das dachte ich mir schon. Oh mein Gott. Hätte ich diesen Hotkey nicht auf Y? Werd jetzt nicht für diese eine Quest den Hotkey umstellen. Oh shit. Oh shit, warum verwaltet sich das Feuer so schnell? Nein. Oh Gott, ich hänge fest. Das sind viel zu viele Fässer, wie soll ich die denn da alle wegbekommen? Oh, liebe Jesus. Oh, au. Eine Stange. Puh, das war ganz schön stressig. Geschafft, die Fässer sind in Sicherheit. Nun muss ich nur noch den Sprengmeister befreien. Um die Holzplanken wegzubekommen, werde ich irgendetwas brauchen, was ich als Hebel benutzen kann. Ey, ich habe eine gewaltige zweihändige Axt. Geht der Stiel davon nicht auch? Wäre deutlich einfacher. Sucht nach einer Stange. Ja, ich suche ja. Stange, Stange, Stange. Ich sehe nichts, hier ist zu dunkel. Stange, Stange, Stange. Stange, Stange. Stange. Hier, Besen. Okay. Und keine Zeit. Besen, Besen, Besen. Besen, Besen, Besen. Besen, Besen, Besen. Besen, Besen, Besen. Hier. Ich weiß leider nicht genau, wo du bist. Ich versuche einfach mal, diesen Besen da zu droppen. Besen. Da. Geht das nicht? Hallo. Komm schon. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Kann ich nicht einfach... Hier. Das geht natürlich auch. Einfach die Stange nehmen, die direkt hinter mir steht. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Hey, der spricht ja wirklich russisch. Spasiva. Danke. Heißt das? So, und jetzt? Das ist nicht erstes Mal, das Lager abrennt, aber erstes Mal, dass es gefährlich wurde. Doch ihr habt geholfen. Doch ihr habt geholfen. Wie kann ich euch danken? Machst du das Sprengstoff? Ich benötige euer Können. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ihr habt nun falschen Eindruck von mir. Ich bin ein Künstler, müsst ihr wissen. Sprengstoff ist mein Pinsel und Explosionen meine Leinwand. Wenn ihr Künstler wollt, helfe ich euch. Ich komme zu euch, sobald ich lagere, wenn ich aufgerannt habe. Ich kann gut aufräumen, keine Angst. Wo muss ich hin? Ostjahn? Der Hafen? Okay, sehr schön. Ich habe übrigens gesehen, dass du einen Fake-Bart hast. Da kann man durchschauen von hinten. Wenn du den Kopf drehst. Da. Ja, 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 ja. Gabor, wir dich treffen in der Stadt. Das erinnert mich wieder ans Singularity-Let's-Play von mir. Wo ich wirklich alle Nachrichten mit einem russischen Akzent vorgelesen habe. Das war köstlich. So, also. Immer noch sechs Teleport-Runen. Echt? Ich dachte, ich hätte irgendwann welche verbraucht. Aber dann gehen wir mal zurück nach Ostjahn. So, meine liebe Bonnie kommt natürlich automatisch mit. Die Brave ist nämlich so gnädig und schafft es sich irgendwie, obwohl sie eine gewaltige Distanz zu mir hat, sich an meine Schultern zu heften und dann auf meinem Rücken mit dem Teleport-Zauber zur Stadt zu reisen. Irgendwie glaube ich, dass das nicht so funktioniert. Aber die Vorstellung ist relativ, sagen wir mal, interessant. Hafen, los, schnell, abgezogen. Oh, nur nicht zu voreilig, bevor ich mir noch die Haxen breche hier. Da. Kalisto, Kim, ich habe neue, gute Neuigkeiten. Ich kann verdammt nochmal reagieren, wie ich will. Ihr solltet aber auch mal über die Konsequenzen nachdenken. Und du darüber, was du sagst. Ich leite das hier. Ohne uns schafft ihr hier gar nichts. Humbug. Nichts da, Humbug. Außerdem müssen wir unauffällig sein. Ihr dürft nicht immer so hitzig reagieren. Halt sofort die Klappe. Seid doch in Zukunft einfach etwas Besonderes. Schandmaul. Aber bitte, du kommst ja wohl auch ohne mich zurecht. Dann gehe ich eben. Ja, bitte. Ich bitte euch. Ich habe satt. Sieh doch zu, wie du den Mist hier alleine hinbekommst. Er ist durch mich durchgegangen, crazy. Scheiße. Was habe ich da angerichtet? Bitte verzeih mir. Ich konnte doch nicht wissen, dass er so reagiert. Oder dass er... Dass er uns hier alleine lässt. Verdammt. Na, das ist schon in Ordnung. Ich arbeite auch lieber ohne ihn. Leider hat er die ganzen Instruktionen und Anweisungen von Arantial und wollte uns nicht alles erzählen. Nein? Denkst du? Danke. Danke, dass du zu mir hältst. Das... Das ist sehr nett von dir. Kein Problem. Du bist zwar ein Weichei, aber dafür ist der Typ ein Choleriker. So, und jetzt? Denkst du, wir können weitermachen? Können wir es ohne Kalisto auch schaffen? Der Orden zählt auf uns. Alles hängt von uns ab. Von dir und von mir. Ich glaube, wir müssen es schaffen. Oder alles, was wir bisher durchgemacht haben. Die Reise nach Arctvent. Die Befreiung von Kabaed und Erotin. All dies wäre umsonst gewesen. Es wird klappen. Wir sprengen die Statue und entfachen die Revolution. Wir schaffen das. Oder was denkst du? Wir schaffen das. Du brauchst dir das gar nicht einzureden. Klar schaffen wir das. Während du weg warst, haben wir einen Plan ausgearbeitet, wie wir die restlichen Wachen an der Statue ablenken können, um den Sprengstoff anzubringen. Vor Ostian ankert eine Galeone. Der Plan besteht darin, dass sich jemand an Bord des Schiffes schleicht und einige Kanonenschüsse abgibt, was den Wachen hoffentlich einen Angriff vorgaukelt. Sie werden die Statue als weniger wichtig erachten als die ganze Stadt, denke ich, und ihre Stellung verlassen. Dann hat der Sprengmeister freie Bahn. Du hast ihn doch überzeugen können, ja? Wundervoll. Das mit der Galeone musst du machen. Denn, nun ja, du bist geschickter als ich. Und ich traue mir das nicht zu. Ich werde dem Sprengmeister an der Statue helfen. Machen wir das so? Das heißt, wir müssen es schließlich so machen. Nicht wahr? Warte am besten bis Einbruch der Nacht. Dann kannst du unbemerkt zum Schiff schwimmen und an Bord gehen. Wenn du, sagen wir, zwei der Kanonen abgefeuert hast, dann komm in den Hafen zum Eingang der Lagerhöhen. Nein, ich warte dort auf dich. Viel Glück. Und bitte komm unbeschadet wieder. Kein Problem. So, ich weiß nur nicht, ob das wirklich so einfach funktionieren wird mit Gabor jetzt. Er hat ja gesagt, er ist ein Künstler und Künstler wollen meistens irgendeine Extrawurst durchziehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendwas anders laufen wird oder dass wir irgendwie noch ganz besondere Gefallen für ihn erledigen müssen, bevor er uns auch tatsächlich helfen wird. Viel Glück. Okay, sonst nichts Neues? Dann gehen wir mal. So, Kalisto, du bist mir gerade egal. Ich bin sogar froh, dass du weg bist. So, soll ich mich gleich darum kümmern? Nochmal mit Gabor reden oder... Nö, nö, nö. Ah. Okay. Also wir hoffen einfach, dass er dann kommt oder was? Oder vielleicht wird es auch eine super kreative Explosion. Hier, das ist der Lagereingang. Da werden wir uns dann gleich treffen. Sehr schön. Dann wollen wir jetzt gerade mal noch kurz bis nachts warten. Wie viel Uhr haben wir? Ein Uhr nachmittags. Ja, bis wann warten wir so... Mal bis 23 Uhr. Beziehungsweise bis 22 Uhr. Jetzt haben wir 8... 3... 3... 0... What? Ich habe kein Problem zu zählen. Ihr habt ein Problem zu zählen. Alles gerade egal hier. So, 10 Uhr. Ähm... Na, 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 na. Auf den großen Turm abfeuern. Okay. Ich kann die Galeone mit einem Ruderboot erreichen. Das gegenüber der Festung am Ufer angebracht ist. Aha. Gegenüber der Festung am Ufer. Echt? So weit hinten? Ja, tatsächlich. Okay, dann folgen wir mal kurz hier so dem... dem Rand der Stadt. Blub. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen... Der Mod Adash, den ich momentan parallel vorstelle auf dem Kanal... Jetzt, wo ich wieder Nerim spiele... Alles fühlt sich einfach so qualitativ hochwertig an und so gut. Ich will zwar Adash jetzt nicht zu sehr irgendwie in den Dreck ziehen, weil für die Zeit, als es rausgekommen ist... Und für die Anzahl der Leute, die da, wie es aussieht, mitgearbeitet hat, ist das trotzdem ein sehr akzeptables Ergebnis. Aber, äh... Ja, jetzt gerade, ich merke einfach wieder, dass... Wow, einfach... Nerim ist einfach so schön polished. Da laufe ich sehr gerne durch und gucke mir die Sachen an. Wow, ist die Palme hier gebogen. Die Nüsse müssen wohl ganz schön schwer sein, dass die sogar den Stamm zum Biegen bringen. So, hier irgendwo. Jetzt gehe ich ganz offensichtlich vor den Augen aller Wachen hier auf die andere Seite. Hier, Ruderboot. Ah, sehr schön. Undercover-Ruderboot. Mit einem Schemel, der die Fahrt initiiert, oder? Nein? Huch! Hat mir schon gewundert passiert. Jetzt was? Oh, yeah! Mit der Kraft der Gedanken. Eigentlich müsste ich, wenn man nur nach den Wellen hier geht, wieder zurück ans Ufer gespült werden, wegen den Wasserfällen, die eigentlich auch eine kleine Strömung verursachen würden. La, 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 la... Uh! Oh, Reflektionen alle reingeladen. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen, Mission Impossible zu summen. Vergiss es! So. Ich bin nun an... auf dem Schiff angekommen. Die Kanonen dürften sich unter Deck befinden. Ich muss nun die entsprechende Bewaffnung, Kanonengugeln und Schwarzpulver finden und die Kanonen auf den Turm abfeuern. Ist ein bisschen radikal, aber... Ich dachte mir, wir schießen einfach mit den Kanonen irgendwo so aufs Meer. Das dürfte auch schon die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Aber ich denke, das wird ein bisschen effizienter sein, wenn wir einfach an den Turm schießen. Kann ich auch hier durch? Nein. Gut, dann... Hier? Nein. Dann nehmen wir das kleine Unterdecktürchen. Oh. Shh, 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 shh. Nochmal ins Unterdeck, echt? Ich kann noch tiefer. Schleichen wir mal ein bisschen. Matrose. Drecksack. Aha. Hier sind die Kanonen. Sehr gut. Was? Zuerst mit Schwarzpulver befüllen. Okay. Was sucht denn der Zombie hier? What? Kanonengugel. Wir wollen zweimal was... Oh, 20 Steine wiegt das die? Sogar mit einer Anordnung. Ahoi Scotty! Ich habe mich entgegen der Anordnung des Tempels, das Schiff stets kampffähig zu halten, dafür entschlossen, das Schwarzpulver in meiner privaten Kabine unterzubringen. Nach dem Unfall mit RK ist mir das Risiko eines weiteren Verlustes zu groß. Sollte sich wieder ein Mannschaftsmitglied dazu entschließen, auf dem Deck mit Schwarzpulver zu spielen. Für den Fall eines Kampfes händige ich dir und nur dir, den Schlüssel für meine Kabine aus. Trage ihn immer bei dir und sorge dafür, dass kein Matrose diesen Schlüssel in die Hände bekommt. Gezeichnet Kapitän Bleifuß. Also, wir müssen jetzt nach Scotty suchen. So, Kapitän in seiner Kabine weggeschlossen und Scotty hat den Schlüssel. Wenn ich geschickt genug bin, könnte ich den Schlüssel vielleicht aus seiner Tasche stehlen, ohne Blut vergießen zu müssen. Das werden wir mal sehen. Okay, also hier komme ich jetzt auf jeden Fall nicht so schnell. Die drehe ich. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht die Kajüte vom Kapitän. Scotty wird wahrscheinlich wirklich Scotty heißen. Und nicht hier irgendwie Matrose einfach nur. Ich gehe mal noch ein Stockwerk weiter runter. Scotty, beam mich hoch. Hallo? Oh, so viele Fässer hier unten. Waffenmeister Scotty, jawohl. Ah, sonst ist hier nichts. Ich dachte gerade eben, ich hätte einen Gang gesehen. Äh, Gang? Hey Leute, first try. Ja, das ging ja super. Schneide mal raus, den Rest schneide mal raus. Ich will mal gucken, ob es einfach irgendeinen anderen Questausgang gibt. Vielleicht, wenn ich das ganz leise mache. Hallo? Oh. Ah, sehr gut. Kann ich auch die Tür hier aufmachen? Nein, okay. Unmöglich. Vielleicht ist das mal eine Fluchtroute oder sowas. So, halt. Oh. Gucken wir mal nur, was er so bei sich hat. Mitril, Südrechtegen. Okay. Weswegen sind wir nochmal hier? Achso, schwar... Ja. Gerade eben ist es mir eingefallen und dann habe ich auch das hier gesehen. So. Schwarzpulver dreimal. Das muss auf jeden Fall reichen. Oder? Ich weiß nicht, wie viel man da reinlagern muss. Weißt du was? Damit die Kerle keinen Schaden hier ohne mich anrichten können, nehmen wir einfach mal alles mit. Das kann ich natürlich auch über den Alles-Neben-Button. So. So. Da hinten haben wir noch was. Okay. Tonne, Tonne, Tonne. Gut. Schön wieder zumachen. Let's go. Dann lasst uns mal so ein paar Ärsche aufreißen. Mit größtem Vergnügen. Ihr habt die Kanonen mit Schwarzpulver gefüllt. Führt nun Kanonenkugeln in den Lauf ein und macht die Kanone scharf. Gutt. Das war ein paarぐらい Spendetik. Ich drittische Musik gehört purl vor dem Einstern. Das war dann gleich noch nicht nur voll kollver. Wenn du Inter., musst du zumal. Um Lust dick aspir auf reinzusteñ.